Die Druckwelle der Explosion unmittelbar vor dem Raumschiff brachte jeden zu Fall, der aus Fleisch und Blut war. Und der gleißende Lichtblitz hinter dem Bullauge hätte einen Menschen minutenlang erblinden lassen. Nicht Arans Problem. Boarding completed, rief er in Richtung Brücke und joggte los. Eine joggende KI-Einheit, vollgestopft mit all den Daten, die nötig sind, etwas von dieser sterbenden Welt zu konservieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017